Moin Moin und seid gegrüßt zu einer neuen Saison in Forza Horizon 5. Wir starten heute gemeinsam in den Winter, also der Trockensaison in Mexiko und damit der vorletzten Jahreszeit der Serie 9. Es gibt wieder mal ein neues Fahrzeug hier in der Festivalspielliste und das ist der Dodge Superbee, den wir heute freischalten können für 20 Punkte. Außerdem kehrt der Zenwo ST1 zurück und den gibt es damit für 40 Punkte nochmal. Auch den kann man also nochmal freischalten und natürlich für alle, die ihn nicht ein zweites Mal behalten wollen, auch im Auktionshaus verkaufen. Wir schauen später mal, was der Wagen wert ist und natürlich brauchen wir auch wieder eine ganze Menge Aufgaben, die wir vorab erledigen müssen, damit wir diese beiden Fahrzeuge freischalten können. Deshalb lasst uns starten, wir schauen mal auf den wöchentlichen Forza-Ton. Dafür gibt es nämlich, wie auch sonst üblich, 5 Fortschrittspunkte und 160 Forza-Ton-Punkte und dieses Mal ist zum Glück kein gravierender Fehler in der Beschreibung dabei. Also das Ganze sollte hier relativ schnell mit dem Mercedes-Benz Unimog zu machen sein, denn wir müssen in der ersten wirklichen Aufgabe eine Querfeldeinveranstaltung gewinnen. Dann einen Stern beim Barranco Wegbereiter erzielen und den findet ihr hier oben auf dem Vulkan. Da müssen wir also mit 5 Sekunden Restzeit ins Ziel kommen. Tuning ist natürlich ohne Ende erlaubt und zum Schluss müssen wir noch einmal 10 ultimative Zerstörungsfähigkeiten ausführen, also einfach mehrere Dinge hintereinander zerstören. Dann bekommt ihr auch die ultimative Zerstörungsfähigkeit und die genannten Punkte. Bei den täglichen Forza-Ton-Mini-Challenges, da ist es ja wie sonst auch einen Punkt und 20 Forza-Ton-Punkte für jede erfolgreich erledigte Aufgabe. Einige davon kann man wirklich so nebenbei mitnehmen, wie beispielsweise die unterste Aufgabe, Stachelik, führe 10 Crashtoos-Fähigkeiten aus, also einfach 10 Kakteen umfahren. Das kann man ja mal so nebenbei schnell machen. Schauen wir mal in den Forza-Ton-Shop. Auch dort gibt es nämlich ein Exklusivfahrzeug und zwar den Toyota AT37 aus 2016, also den Arctic Truck, wofür ja AT steht, für 700 Forza-Ton-Punkte. Wer den Wagen also vielleicht verpasst hatte, der hat jetzt hier die zweite Möglichkeit, an den Wagen relativ günstig ranzukommen. Abgesehen davon gibt es den Hennessy Venom GT für 300 Forza-Ton-Punkte, einen Hot Wheels Anzug exklusiv und die Hot Wheels Ice Hupe. Außerdem können wir bei den saisonalen Veranstaltungen wieder einmal Horizon Arcade spielen, also Minispiele, bei denen wir online kleinere Aufgaben erledigen müssen, für die wir dann in jeder Runde 20 Forza-Ton-Punkte sammeln können. Und für das Absolvieren aller drei Runden gibt es dann nochmal drei Fortschrittspunkte für die Festival-Spielliste obendrauf. Schauen wir auf die Prüfung. Da gibt es diese Woche die Mustang Manie. Wir können den Ford Mustang Mach 1 aus 1971 gewinnen, wenn wir hier gemeinsam mit anderen Online-Spielern unschlagbare Driver-Tare besiegen können. Und das Ganze in einem Mustang unserer Wahl in der A-Klasse bis 800. Außerdem gibt es zehn Punkte. Wichtig ist dazu allerdings zu sagen, es zählt nicht jeder Mustang, denn es gibt eine Ausnahme. Der Mustang Fox Body aus 1993, der trägt den Mustang nicht im Namen und er zählt deshalb nicht als Ford Mustang. Also den dürft ihr nicht auswählen. Eine Veranstaltung, die ich euch diese Woche allerdings wärmstens ans Herz legen möchte, ist die Event Lab Veranstaltung. Da gibt es nämlich den Honda oder den Acura NSX aus 2017, wie er in Amerika genannt wird. Und drei Punkte Fortschritt, aber nicht darauf kommt es an, sondern diese Woche ist die Veranstaltung, man muss es wirklich sagen, sehr, sehr, sehr schön designt. Also im Vergleich zu den vorigen Wochen ist das hier wirklich mal ein echter Spielspaß. Schauen wir als nächstes auf die drei saisonalen PR-Stunts und wie auch schon in den Vorwochen gilt hier, dass das Anspruchslevel ganz schön gestiegen ist. Deshalb ist es jetzt eben nicht mehr so leicht, mal ganz schnell zwei Punkte und jeweils einen super Wheelspin zu verdienen. Zumindest nicht bei allen Aufgaben ist das so leicht. Starten wir mal mit der Blitzerzone La Silica. Hier müssen wir mit einem Hypercar der S2-Klasse eine Geschwindigkeit von 233,4 kmh schaffen. Vergleichen wir das mal zum Drei-Sterne-Ziel bei 201,2 kmh. Ist das also nochmal eine ganz schön ordentliche Schippe obendrauf. Und dementsprechend lohnt natürlich hier erst einmal ein bisschen zu tunen, bevor man sich an die Herausforderung wagt. Die tatsächlich leichteste Herausforderung, zumindest für mich, war in dieser Woche dagegen die Driftzone Los Campos. Und das sage ich wirklich als nicht unbedingt Drift-begabter Spieler. Aber schauen wir mal hier auf die Herausforderung, die lautet nämlich 150.000 Punkte zu erzielen mit einem Ford in der B-Klasse bis 700. Auch das ist über dem Drei-Sterne-Ziel. Aber die Driftzone ist echt lange und da muss ich wirklich sagen, kann man eine ganze Menge rausholen, selbst wenn man es mal an der einen oder anderen Stelle nicht so sauber hinbekommt. Zuletzt gibt es noch einen Wegbereiter und der hat es zwar auch in sich, aber wenn man weiß wie, dann ist er nicht ganz so schwer, wie er vielleicht wirkt. Die Aufgabe lautet, 21 Sekunden Restzeit zu haben im Ziel. Das Ganze muss mit einem unbegrenzten Offroader der A-Klasse erledigt werden. Der Vorteil ist hier, man kann von Osten aus kommend auf der Autobahn sehr gut Anlauf nehmen und wenn man sich rechts hält und die Sprünge vermeidet, dann schafft man das hier mit einem A-Max-Fahrzeug, also auf A800 getunt, eigentlich auch ganz gut. Außerdem gibt es diese Woche natürlich wieder saisonale Meisterschaften. Da bekommen wir zum Beispiel bei der Veranstaltung All-Stars den Hammer H1 als Belohnung und 5-Punkte-Fortschritt für die Festivalspiel-Liste. Die Aufgabe lautet hier, mit einem klassischen Muscle Car in der D-Klasse bis maximal 500 anzutreten. Das Ganze ist eine Straßenrennveranstaltung, ihr seht rechts oben am Symbol. Die Aufgabe lautet natürlich hier auch am Ende die Meisterschaft irgendwie mit dem Fahrzeug zu gewinnen. Außerdem gibt es noch die Meisterschaft Baja Flitzer. Da bekommen wir den Ford F-150 Trophy Truck mit der Nummer 11 freigeschaltet und weitere 5 Punkte, wenn wir mit einem Pick-up- und Allradfahrzeug der C-Klasse hier gewinnen können. Und ihr seht, mittlerweile gibt es da doch eine recht umfangreiche Auswahl. Was früher eigentlich nur Ford F-150 war und das ein oder andere Fahrzeug noch nebenbei, ist durch die Toyota TRD-Fahrzeuge doch relativ umfangreich geworden. Also ich denke, da hat man mittlerweile eine gute Auswahl. Für die Horizon Tour Koop-Meisterschaft bzw. eine erfolgreich absolvierte Runde gibt es weitere drei Punkte, allerdings sonst keine Extra-Belohnung. Und damit schauen wir mal auf die kleinen letzten Challenges, die es noch diese Woche gibt. Da können wir nämlich Horizon Rennhandschuhe freischalten und zwei weitere Punkte bei der Foto-Challenge bekommen mit dem Hashtag Speedteam. Fotografiere ein beliebiges Hypercar beim Copper Canyon. Gut, der ist ja auch relativ deutlich im Norden der Karte ausgezeichnet. Das sollte also keine Herausforderung sein. Außerdem gibt es nochmal beim Horizon Open eine Nebenaufgabe. Führe 20 Drift- oder E-Drift-Fähigkeiten aus, dann gibt es nochmal zwei Punkte und den Nissan GTR aus 1971. Schauen wir als nächstes auf unsere beiden wöchentlichen Exklusivfahrzeuge und hier auf ein ganz klassisches Musclecar der alten Schule. Den Dodge Coronate Super-B oder auch häufig nur als Super-B bezeichnet. Ab 1968 gab es das Modell. Wir haben hier den 1970er, denn ab 1969 gab es nochmal einen ganz besonderen Motor, der hier unter der Haube steckt. Den schauen wir uns gleich an, aber zunächst mal zum Symbol des Super-B. Da ist nämlich eine Rennbiene überall auf der Karosserie zu finden mit Helm und fetten Drag-Reifen. Also das, das typische Symbol für den Super-B. Aber nicht nur das, sondern auch diese Flügelspangen, die wir uns hier gerade anschauen. Also vorne diese Grillspangen, die so aussehen wie zwei Bienenflügel. Das sind auch typische Symbole für diesen Super-B. Und das kam damals tatsächlich bei Käufern nicht so gut erstmals an. Aber über die Jahre ist er genau deshalb zum Kult-Fahrzeug geworden. Und jetzt schauen wir mal hier unter die Haube, denn auch das ist Kult. Der große 7-Liter-V8-Hemi-Motor von Chrysler. Ja, und der steckt eben nicht nur im Dodge Super-B, sondern auch im Dodge Charger bzw. Charger Daytona. Und tatsächlich ist der Hemi noch nicht einmal der größte Motor. Es gab sogar noch einen 7,2-Liter-Großen Motor. Aber der Hemi ist eben der stärkste mit 425 SAE-PS. Im Spiel sind es 431 PS, die er hat. Wie gesagt, da hatte ich ja in der letzten Woche schon mal erklärt. Das sind eben Brutto-PS, die direkt ab Motor gemessen werden, also ohne Nebenaggregate. Daher ist das eben etwas zu reduzieren. So um die 400 PS dürfte der Wagen daher haben, die man hier auf DIN-PS umrechnen kann. Ja, schauen wir mal hier auf die Symbole. Da ist eben die Super-B noch mal zu erkennen. Das war eben Sonderausstattungsmerkmal der damaligen Zeit. Abgesehen davon gab es ein Viergang-Schaltgetriebe. Und die 430 PS haben den Wagen in 6,6 Sekunden auf 100 beschleunigt. Was, naja, für so ein großes Fahrzeug doch eine relativ gute Zeit. Nicht nur damals, sondern auch heute ist. Interessanter Fun-Fact zum Dodge Super-B. Das Ganze gilt natürlich auch für das ein oder andere weitere Muscle-K im Spiel. Ist die unglaubliche Länge der Karosserie. 5,48 Meter ist der Dodge Super-B lang. Vergleicht man das Ganze mal zum Beispiel mit einem Audi Q7 aus der aktuellen Generation. Dann ist der Dodge Super-B über 40 Zentimeter länger als der Audi Q7. Zum Vergleich mit dem Mercedes-Maybach S600 sieht man, ist sogar da nochmal der Super-B 3 Zentimeter länger. Also ungefähr hier ist der Vergleich zu ziehen mit solchen riesigen Limousinen. Also das ist eben nicht nur der Eindruck im Forza-Wiester-Modus, sondern die Fahrzeuge sind wirklich auch extrem lang. Zu guter Letzt beenden wir noch ein Kapitel, das 42 Fahrzeuge umfasste und zwar den CarPass in Forza Horizon 5. Wir bekommen hiermit das letzte Fahrzeug, das es überhaupt im CarPass geben wird. Und das ist der Nissan 370Z und zwar hier in der schärfsten Variante, dem Nismo. Nismo, das steht für Nissan Motorsport. Ein Kürzel, das auch gerne zum Beispiel für den Nissan GT-R verwendet wird oder für den Duke, wenn er in der schärfsten Ausbaustufe präsentiert wird. Also ähnlich wie das auch bei BMW die MGMBH macht oder bei Audi RS ist. So ist das bei Nissan eben der Nismo. Was wir hier bekommen, das ist ein 344 PS starker V6-Saugmotor, der auch schon im Basismodell steckte, allerdings dort nur mit 328 PS. Ihr merkt also, so eine krasse Leistungssteigerung ist da nicht drin. Aber es sind doch auch einige Details, die man beim Fahrzeug vielleicht etwas suchen muss, um zu erkennen, dass es hier ein Nismo ist. Beispielsweise eben hier diese Querstreben, die nochmal die Karosserie-Steifigkeit erhöhen. Aber natürlich auch das Body-Kit bestehend aus Front-Hack-Spoiler, Heck-Diffusor und Seitenschweller, das natürlich ganz klar nochmal sagt, hier ist die schärfste Variante am Start, also der Nismo. In gerade einmal 5,2 Sekunden schafft man es mit dem 6-Gang-Handschaltgetriebe bei diesem Fahrzeug von 0 auf 100 kmh. Automatik gibt es beim Nismo nicht, also bei der Basisvariante schon. Beim Nismo gibt es dann nur noch das Handschaltgetriebe. Und im Innenraum, da wurde auch nochmal einiges überarbeitet, was man natürlich dann auch hier an den roten Ziernähten erkennen kann, an dem rot umrandeten Drehzahlmesser, auf dem auf 12 Uhr markierten Leder-Alcantara-Lenkrad. Und dann gibt es noch eine elektronische Ganganzeige und Alu-Pedale, die ausgetauscht worden sind, gegenüber den normalen 370Z-Pedalen. Werfen wir zuletzt noch einen Blick in das Auktionshaus, denn auch hier gibt es ein bisschen Geld zu verdienen, und zwar mit dem Zenvo ST1. Der ist aus 2016, also nicht der TSRS hier, nicht zu verwechseln, denn nur der ST1 ist ein Exklusivfahrzeug im Spiel. Den gibt es jetzt hier für 40 Punkte in dieser Woche erneut freizuschalten und ihr seht, für 8,2 Millionen Credits zu verkaufen. Das lohnt sich auf jeden Fall und wer ihn daher nicht ein zweites Mal haben möchte, kann sich hier durchaus den ein oder anderen wertvollen Credit dazu verdienen. Und auch wir sind damit am Ende einer Forza-Wochen-Ausgabe angelangt. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß am Freischalten und hoffe, ihr habt das Video mit einem Däumchen nach oben bewertet und natürlich auch den Kanal abonniert. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Viel Spaß am Zocken, macht's gut. Ciao. Ciao.